Kaum zu glauben. Sie ist eines der größten und schwersten Instrumente überhaupt. Und doch erzeugt sie die feinsten und zartesten Töne, kann aber auch überraschend laut werden. Und zwar mit den bis zu 47 Seiten aus Naturdarm, Nylon, Stahl oder Carbon. Fast zwei Meter hoch kann so ein Instrument sein, das es übrigens schon seit 5000 Jahren gibt. Die Rede ist von der Harfe. Musik Ich bin Andrea Gamper. An der Harfe liebe ich Ihre vielen Einsatzmöglichkeiten. Vom Solo-Instrument, über das Begleit-Instrument, von anderen Instrumenten oder auch vom eigenen Gesang bis zum großen Sinfonieorchester sind die Einsatzmöglichkeiten sehr vielfältig. Ich bin Valentina, ich spiele das fünfte Jahr Harfe, davor das erste an der Musikschule Walgau.